Ich hatte ihn eben auch, aber ohne so mehr von der Seite. Ich denke, der wacht jetzt nicht irgendwo mit Fiskrallen. Wenn der sich irgendwo mit Fiskrallen hat. Ich auch. Und jetzt ist es gerade so laufgegangen. Und er wäscht sich auch nicht schön. Der badet, der hat einen Swimmingbruch. Ich geh mal gerade so rum. Hier ist der Hals. Hier hat man nicht alle Stellen. Der Bauch, hier ist der Bauch. Hier ist der gleiche. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Der fährt sich wirklich gut aus. Der ist auch gut, wenn er nur auf ist. Das ist mal so groß der ist. Der badet den Tag.